Nach der Reinigung oder der Rasur empfehlen wir Ihnen auf jeden Fall das Pflegeserum zu benutzen. Hier kommen Wirkstoffe zum Einsatz wie Liposome. 30 Prozent Liposome, die haben eine tolle Wirkung, die sind in Hautzellen sehr artverwandt und die Hautzellen erkennen sie als gleichwertig und lassen quasi alles was sie mit sich bringen, denn die nehmen ganz viele Wirkstoffe Huckerpack und tragen sie die tieferen Hautschichten ein, nehmen sie mit und wirken sich positiv für sie aus. Die Liposome sind stark entzündungshemmend, deswegen ist es so toll und so wichtig das eben auch nach der Rasur zu verwenden. Gleichzeitig sind hier tolle Anti-Aging Stoffe, denn auch eine Männerhaut freut sich über Wirkstoffe, die sie optimal in ihrem Prozess unterstützen. Hierzu nehmen Sie einfach eine kleine Menge nach Belieben. Das Serum ist fluid, sehr fluid und kann also sehr leicht großzügig aufgetragen werden. Sie können im Grunde genommen über das gesamte Gesicht, Hals und den Hals gehen. Lassen Sie es kurz einziehen und folgen Sie mit der Natürlich-Männesache-Pflegecreme. Oh mein Gott, gut. Untertitelung des ZDF, 2020